Unser Verein, ikonisch, macht definitiv die Verbindung zu Gerd Müller. Eine absolute Ikone des Vereins, eine Legende für den Sport. Wir waren natürlich stolz, dass er beim FC Bayern war. Ja, im Training, das muss ich sagen. Da warst du glücklich, wenn du ihm einmal den Ball abgenommen hast. Kaum haben wir ihn nicht gehabt, nur hat er ihn ja schon wieder gehabt, als er das gemacht hat. Das ist wahr. Gerd Müller war und ist für uns ein sehr großes Vorbild im Verein. Alle unsere jugendlichen Spieler können sich an ihm orientieren. Er hat immer eine tiefe Verbundenheit mit dem TSV Nördlingen und der Stadt Nördlingen gezeigt. Bis ins hohe Alter war er hier vor Ort und hat die Stadt besucht. Könisch bedeutet für mich Tradition. Tradition hier in Nördlingen ist schon immer Jugendarbeit. Und das verbinde ich einfach mit Ikonisch. Und das verbinde ich einfach mit Ikonisch. Und die Stadt Iran braucht es jedenfalls, und das über���rendt wäre ebenfalls schön gefertigt. Und das funktioniert ein wirklich nicht. Und das 기분ltal ist ja auch schon von Se Clean Station. Es gibt wunden, aber das Geld ist einer sowohl beim Franchise auf eine constructed